Mein Name ist Oliver Hölzer. Ich laufe beim Badmarathon für das DRK-Kindernotarztwagen-Projekt. Das Kindernotarztwagensystem in Karlsruhe ist eine Ergänzung vom professionellen Rettungsdienst. Ein ganz kleines Beispiel dafür ist diese Blutdruckmanschette. Die ist jetzt zum Beispiel für ein neugeborenes Kind. Das Kinder-Notarztwagensystem wird ausschließlich über Spenden finanziert. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich mit einer Spende unter www.lauf-mit-herz.de unterstützen. Und jetzt sind Sie dran, ich darf jetzt weiter trainieren.